Hallo liebe und liebe Freunde hier ist wieder euer Andi von Retro VideoGembegrüßen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder richtig Bock auf eine Top 10 auf eine Top Liste und es ist eine Top Liste die ich schon wirklich lange machen möchte. Ich weiß gar nicht wie lange diese Notiz hier über die Top Liste bei mir schon auf dem Schreibtisch liegen. Das ist bestimmt schon mindestens ein halbes Jahr. Aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen diese Top Liste zu machen. Dann war sie wieder aus meinen Gedanken gelöscht und dann habe ich sie wieder gesehen. Dann habe ich mir gesagt jetzt musst du mal und dann kommen wir wieder was dazu schon usw. Jetzt habe ich mal gedacht ich mache das jetzt mal endlich. Denn das ist eine sehr persönliche Top Liste. Ich glaube das Thema ist ganz ganz cool und ihr seht es ja auch schon an der Überschrift. Das werden meine Top 10 der schönsten Videospiel Momente in meinem Leben. Videospielerinnerung kann man ja so sagen. Alles positive was mir halt einfällt wenn ich mich einfach mal so zurück erinnere. Die ganzen Jahre und Jahrzehnte kann man ja schon sagen die ich mit Videospielen zugericht habe. Und als ich mich so zurück erinnert habe und überlegt habe was waren denn so meine schönsten Videospielerinnerungen. Das sind schon ganz ganz viele. Also wirklich viele. Ich könnte hier eine Top 80 machen. Top 100. Ich habe mich aber auf die Top 10 beschränkt. Das ist ganz interessant weil wenn man so viel Auswahl hat und man muss sich einfach nur auf 10 Punkte fixieren. Dann fängt man an zu grübeln. Dann fängt man an zu überlegen und zu sagen was war denn so was so richtig geil war für mich. Das ist so von der Schwierigkeit her so ähnlich wie mein Top 10 SNES RPGs Video. Da habe ich mich ja auch super schwer mit getan bis ich endlich mal meine Platzierungen hatte. Und ja jetzt habe ich hier 10 Erinnerungen. 10 meiner besten Erinnerungen aus 25 Jahren Videospiele. Und ich möchte das ganze mit euch teilen. Weil ich glaube da sind Momente bei wo der ein oder andere sagt ja. Aber bei mir genauso. Ich denke wir starten mal. Das ganze ist recht breit gefächert. Also sprich ich werde gleich 10 Erinnerungen mit euch teilen. Die das ganze Spektrum der Videospiele betreffen. Wie genau das ganze abläuft kann ich euch eigentlich echt schwer erzählen oder erklären. Weil das wirklich sehr individuell ist. Sehr persönlich. Ohne viel sagen wir mal runter. Ich glaube ich starten wir einfach mal. Und dann werdet ihr sehen was auf euch zukommt in dieser Top 10 schon ganz speziell. Wir fangen dann mit dem 10. Platz. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja auf Platz Nummer 10 mein Gears of War Grafik Flash. Ich weiß das nur ganz genau. Ich habe mir Gears of War gekauft. Ganz heiß drauf gewesen. Auf der Xbox 360. Und dann habe ich es gespielt gestartet. Und ich konnte meine Augen gar nicht truen. Das war das geilste was ich bis dahin grafisch gesehen habe. Es war auf Platz 5 Gears of War Grafik. Da meinte ich mich das umgehauen. Alter Schwier. Ich bin ganz sauer wenn ich daran denke. Es ist Wahnsinn. Allein diese Szene wo Marcus Felix in dieser Hubschraube sitzt. Ziemlich am Anfang. Und dann sich mit Dom und dem Captain unterhält. Und dann landet der Hubschraube. Die springen dann so zu einer Mauer. Nehmen Deckung und so. Und das alles in Echtzeit berechnet. Das war ja Spielgrafik. Und ich habe dann, als ich das Spiel gespielt habe. Genau diese Szene mit diesem Hubschrauben habe ich dann in einem YouTube Video gesucht. Und gefunden. Und das habe ich einem Kumpel geschickt. Der mir das gar nicht glauben wollte. Der hat gesagt. Quatsch. Das ist doch Pre-Rendert. Das ist doch eine vorgeranderte Zwischensequenz. Das kann ja keine Spielgrafik sein und so weiter. Der war auch mega geflasht. Und ich hätte das nie vergessen. Wie ich das erste Mal Gears of War angemacht habe. Und Dom dann in die Zelle kommt. Marcus befreit. Und dann übernimmt man die Kontrolle von Marcus Felix. Rennt da raus. Und dann diese verdammt geile Grafik. Wahnsinn. Ich habe das ganze Spiel über nur mit offenem Mund angesessen. Und ja. Total geflasht über das Spiel gestaut. Mega geil. Mega geil. Ja. Platz 9. Ja. Platz 9. Der Kampf gegen die Hydra bei God of War. Ähm. God of War ist ein ganz spezielles Spiel für mich. Eine ganz spezielle Videospielreihe. Ähm. Es. Ich finde einfach God of War ist so episch. Es ist der Hammer wirklich. Ich hätte ziemlich viele andere Bossgegänger von God of War nehmen können. Ich habe einfach die Hydra gewählt. Weil die mich so unfassbar beeindruckt hat. Einfach diese Größe des Kampfes. Ähm. Bisher hat man. Oder habe ich halt. Ähm. Endpostel gesehen. Die waren entweder gleich groß. Und so auf Augenhöhe. Oder die waren unglaublich riesig. Äh. Und man war so klein. Und das war aber so eher bei JRPGs. Ähm. Ähm. Ich habe nicht selber gespielt. Nein. Ich bin davon angerufen. Habe gefragt was zuhause ist. Dann bin ich zu ihm hingesprintet. Und dann haben wir wirklich abends angefangen. Und haben in einem Stück das Spiel durchgespielt. Und als wir dann die Hydra gegen die Hydra gekämpft haben. Aber ich weiß gar nicht wer von uns gespielt hat. Das war jetzt auf jeden Fall. Die saßen wir dann wirklich. Total gebanft. Gebanft von dem Fernseher. Haben gegen die Hydra gekämpft. Und als der Kampf dann vorbei war. Wir haben erstmal das Pelzen weggelegt. Und haben erstmal durchgeatmet. Und so intensiv war einfach der Kampf. So geil inszeniert war. Wo man die Karten der Hydra so aufspießt. Mega geil. Echt. Wenn dich niemals vergessen. Das ist so der ewigste Bosskampf. Den ich jemals gesehen habe. Von Worte vor. Geil. Platz 8. Platz Nummer 8. Das Sanity Meter von Eternal Darkness. Und hier speziell. Der Moment wo plötzlich die Lautstärke so zu nahe geht. Und das Spiel stumm wird. Ich weiß. Das war damals so. Pass mal auf. Ähm. Ich habe Eternal Darkness damals mit einem Kumpel zusammengezockt. Das sind viele Spiele die ich mit einem Kumpel gezockt habe. Damals echt. Ähm. Ich habe gespielt. Also ich habe gespielt. Er saß daneben. Er hat uns immer so abgewechselt. Und dann war ich an der Reihe. Und bei Eternal Darkness. Das Sanity Meter kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn es zu Neigen geht. Dann wird euer Spieler verrückt. Euer Charakter. Dann passieren voll gekrasse Situationen. Man geht in den Raum. Und man denkt sich nicht. Auf einmal platzt der Kopf. Das ist kaputt. Oder es steht auf einmal alles auf dem Kopf. Oder die Wände fangen an zu bluten. Mega geil. Jedenfalls habe ich dann gespielt. Und lauf ganz normal durch den Raum. Da ist kein Gegner. Gar nichts. Und dann sehe ich halt diese Lautstärke. Regular des Fernsehers erscheint. Und wenn man so weiter zurück geht. Und das Spiel plötzlich ganz leise wird. Und ich fahre meinen Kumpel an. Was machst du? Nimm die Fernbedienung und mach die Lautstärke wieder an. Und er saß dann nur so. Das war ich nicht. Und dann haben wir gesehen wie die Fernbedienung liegt neben uns. Die hat keiner von uns berührt. Und es war so ein Gänsehautmoment wo wir uns gedacht haben. Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Wir waren so geflasht davon. Weil einfach die ganze Situation. Mein Fernseher damals hatte haargenau dieselbe Lautstärkeanzeige wie in dem Spiel. Und wir waren einfach so perplex. Wir haben nur gedacht. Was zum Teufel ist gerade hier passiert? War das jetzt tatsächlich so? Oder ist es spendig? Mann war das geil. Werde ich niemals vergessen. Ich hab dann auf einmal den Proton da so abgegeben. Und dann hat mein Kugeln weitergemacht. Ich musste erstmal recht durchatmen. Das Spiel hat uns damals so fertig gemacht. Das ist so ein ganzes Spiel. Mann, Mann, Mann. Der Volume Ringer von Eternal Dark ist geil. So, fangen wir, oder machen wir weiter mit Platz 7. Ja, Platz 7 ist Turok 2 auf dem Nintendo 64. Das ganze Spiel eigentlich. Ich hab da jetzt nicht so den Moment, den mir in Erinnerung geblieben ist. Mir ist das ganze Spiel in Erinnerung geblieben. Und zwar aus dem folgenden Grund. Turok 2 war das erste Spiel, was ich gespielt habe, was diese Gore Momente hatte. Also das war ja schon ziemlich blutig. Ich bin nämlich... Ich hab Turok 1 natürlich davor gespielt. Die deutsche Fassung mit den Robotern. Ja gut, die war halt okay. Es war jetzt nichts blutiges dran. Die wurde ja zensiert in Deutschland. Und als dann Turok 2 angekündigt wurde, war ich natürlich super heiß drauf. Und ja, gekauft habe ich mir aber Turok 2 auf dem Trödelmarkt. Oder er tauscht, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das Spiel vom Flohmarkt. Was ich aber nicht gemerkt hatte damals, das war die Tatsache, dass Turok 2 die Uncut-Fassung war. Also nicht die deutsche, sondern die UK. Und ich hab das Spiel angemacht und hab mich schon gewundert. Oh, englische Sprachausgabe, das ist doof. Denn damals, wie alt war ich denn da? Und ist das Spiel erschienen? 98? Da war ich 12. Und ich sagte mir scheiße. Englisch, ich kann noch nicht so gut Englisch. Und deshalb hab ich von der Story anfangs nichts kartiert. Hab das Spiel angefangen zu zocken. Und nachher mal hab ich nur gedacht, was zu Teufel ist das denn? Nachher mal schieß ich so ein Dinosaurier den ganzen Körper weg. Voll über Blut und der Körper weg. Und ich denke, was ist das? Ich bin dann geschockt. Und ja, das war ja... Das wurde ja immer schlimmer dann. Gehirnbohrer und Raketenraper, der die Gegner voll zerfetzt hat. Und der Deckbogen, wo man dann so Headshots verteilen konnte. Ja, war das geil. Das war so tatsächlich mein erstes ungeschnittenes Spiel. Mein erstes erwachsenes Spiel quasi. Oh man, hab ich das gesuchte. Das war schon geil. Turok 2. Und seitdem... Seit Turok 2 lege ich extrem viel Wert, dass ich, wenn ich Spiele kaufe, dass ich die Uncut bekomme. Weil das für mich so mit dazugehört irgendwie. Das hat ja einen Grund, wieso die Entwickler da Gewalt integriert haben. Das muss ja dann wieder rein irgendwie. Und wenn dann die USK hingeht und so ein Spiel zensiert, dann gucke ich, dass ich davon die Uncut-Fassung herbekomme. Auch wenn ich davon mehr zahle habe. Aber das ist mir schon sehr, sehr wichtig geworden. Und Schulter an ist Turok 2. Mit zwölf Jahren damals gezockt. Ja, so war das. So, Platz 6. Platz 6. The Darkness. Auf Xbox 360. Denn da war das... Wie ich gerade gesagt... Da war ich mir schon sehr sicher, dass ich mir davon die Uncut-Fassung hole. Weil ich gelesen hatte, dass das Spiel in Deutschland extrem zensiert wird. Und dann habe ich mir die Fassung gekauft. Ich habe sie mir nicht zum Launch geholt. Sondern die habe ich mir in der Videothek bekommen. Die Uncut-Fassung auf der Playstation 3. Ja, aber es ist nicht das ganze Spiel, was mir so in der Runde geblieben ist. Es ist ein Moment. Und hier spoiler ich. Also bitte, wer The Darkness noch nicht gespielt hat. Und das noch spielen möchte, der hört hier bitte weg. Und springt sofort zum fünften Platz. Denn was ich gleich sage, ist ein Story-Spauler auch. Und zwar richtig dicker. Also ihr seid gewarnt, ja? In 3, 2, 1 geht es weiter. Okay. Also, was ich meine ist der Moment, wo deine Freundin stirbt. So, also ich weiß gar nicht wie der tp-checkt. Aber da habe ich keine Ahnung. Jedenfalls, das ist der Moment, der mir so extrem Gedächtnis verbindet. Denn das ganze Spiel zielt darauf ab, dass ihr eure Freundin gern habt. Also, dass ihr den Charakter gern habt. Denn ihr habt halt mit ihr zu tun, ihr besucht sie in der Wohnung. Verdammt, ihr könnt sogar einen ganzen Film mit ihr gucken. Das ist so geil. Man sitzt dann, also The Darkness ist ja ein Ego-Shooter. Und ihr spielt halt alles aus den Augen des Charakters. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Jedenfalls sitzt ihr dann in einer Szene, oder sprich an einem bestimmten Punktespiel, besucht ihr eure Freundin zu Hause. Jenny, glaube ich, ist die Freundin. Und die ist halt total lieb zu euch. Und sie liebt euch. Und ihr liebt sie und so. Total harmonisch alles. Und dann chillt ihr ein bisschen in der Wohnung mit ihr ab. Ihr könnt im Fernsehen gucken. Das heißt, ihr sitzt dann bei der Freundin auf der Wohnung. Sie ist bei euch im Arm. Ihr könnt hier sehen, wie sie so bei euch dran liegt und so. Und ihr guckt einen Film zusammen. Einen verdammten Film könnt ihr gucken. Ich glaube, das war auch Frankenstein, was ihr euch da angucken könnt. Das heißt, das Spiel ist sehr gut darin, dass ihr halt eine Beziehung, eine echte Beziehung zu eurer Freundin aufbaut. Und dann kommt so ein Moment im Spiel, wo der Antagonist, so ein Mafiaboss, eure Freundin gefangen hat. Und ihr könnt aber nichts tun. Ihr seht, ihr steht an einer Tür, glaube ich, an einer Fensterscheibe. Und ihr klopft dagegen und sagt, tu ihr nichts, tu ihr nichts und so. Und sie guckt euch total krass an, geängstigt, Tränen in den Augen. Und der scheiß Bastard, sage ich jetzt einfach mal, geht hin und tötet sie einfach. Das war, ich war total geschockt. Ich war richtig geschockt, als die Szene kam. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich da irgendwie noch helfen kann. Und ich war total machtlos. Ich war der Typ mit diesen Tentakeln und der totale Badass. Aber ich konnte in diesem Moment nichts tun. Und das hat mich so mitgenommen. Ich weiß nicht, ich schreck Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Ich war total fassungslos. Boah, echt übelst. Und ich hatte danach so einen Hass auf die ganzen Gegner in diesem Spiel. Denn die hatten meine Freundin gekillt. Boah, das war übel. Ich habe dann das ganze Spiel wirklich gesuchtet. Bis zu diesem Punkt, wo ich diesem Bastard gegenüber stand. Und ihn dann wirklich fertig gemacht habe. Und das war dann, ja, das war dann so ein Gefühl. Ja, ich habe meine Freundin bekommen. Aber meine Freundin ist immer noch nicht. Ist immer noch tot. Boah, werde ich nicht vergessen. Richtig krass. The Darkness. Ja, geile Spiele. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ja, doof. Dann habe ich euch jetzt einen ziemlich krassen Moment gespoilert. Wenn ihr es gespielt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, wovon ich gerade gesprochen habe. Oder am besten mir lieb, wenn ihr euch mal in den Kommentaren dazu äußert, wie ihr das so ein Funden habt. Das ist ganz, ganz krass, wie ich finde. So, machen wir weiter mit dem 5. Platz. Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Äh, Skies of Arcadia. Eine bestimmte Szene. Das Spiel ist wunderschön. Ähm, aber es gibt eine bestimmte Szene, die mir fast die Tränen damals in die Augen getrieben hat. Nämlich, und das wieder ein Story-Stroller. Also hier, wie gerade bei The Darkness, bitte wegschalten, wenn ihr das nicht hören wollt. Ähm, denn man muss das Spiel gespielt haben. Es ist ein super geiles Spiele. Und mit das Beste, was ich in diesem Genre jemals gespielt habe. Und es gibt eine Szene, die ist so herzzerreißend und traurig, dass sie sich mir ins Herz eingebrannt hat. Das ist nämlich die Szene, wo, ähm, ein Drachma, ein Charakter oder Party, so ein alter Typ mit einem mechanischen Arm, ähm, Abschied nimmt. Von einem Giga-Wal, den er sein Leben lang gejagt hat, der auch ihm, glaube ich, damals den Arm abgerissen hat. Und das ganze Spiel über ist Drachma drauf und dran diesen Wal zu töten. So ähnlich wie damals mit Moro Bediq, wer die Story kennt, wer das Buch gelesen hat. Und, ähm, ihr verfolgt also das ganze Spiel über irgendwie so Drachma und seine Intention und seinen Antrieb, diesen Wal zu fangen, um sich an ihm zu rechnen und so. Und dann ist da dieser Wal und dieser Wal stirbt. Und, ähm, dann seht ihr Drachma, wie er da steht, den Wal so streichelt und Abschied von ihm nimmt. Und das ganze ist in einer Dreamcast-Grafik und ohne Sprachausgabe sozusagen, rein mit Text, aber mit so emotionaler Musik unterlegt und so einem emotionalen Dialog, dass mir damals wirklich die Tränen kamen. Äh, unfassbar schöner Moment, unfassbar trauriger Moment. Aber, das ist so mit der krasseste Moment, der sich so bei mir so eingebrannt hat. Na, Top 5, denn wir sind ja schon in der Top 5. Ja, auf Platz 4 geht's weiter. Auf Platz Nummer 4 habe ich den Zelda Twilight Princess E3 2004. E3 2004-Trailer. Ähm, wo Twilight Princess das erste Mal als Twilight Princess vorgestellt wird. Das, äh, ist so dankwisch, dieser Moment, wo, ähm, Nintendo die Pressekonferenz abhält und dann ist eigentlich alles gelaufen. Und dann ist der Reggie nochmal sagt, but before you leave. Und dann sagt er, äh, guckt euch bitte nochmal den Trailer an, der euch in eine neue Welt entspricht. Oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wattler war. Und, ähm, dann, ähm, sehen die Pressemenschen halt auch diese Leinwand. Und dann sieht man da, äh, ja, so Kreaturen, die bei Nacht, äh, reiten. Und plötzlich reitet so, so ein Kerl auf dem Pferd da. Und, äh, plötzlich erkennen die, dass das Link ist. Äh, wie die alle abgehen, wie die jubeln. Und, äh, das ist so ein geiler Moment. Ich hab das damals live gesehen. Ich hab den Stream verfolgt. Und ich werd das nie vergessen. Ich werd diesen Jubel der, der Pressemenschen niemals vergessen. Ich hab da eigentlich genauso mitgejubelt. Es war schon gigantisch. So, dieser Moment, wo wir das Zelda-Spiel bekommen haben, was wir uns seit Kokona Fremd gewünscht haben. Wahnsinn. Einfach ein toller Trailer. Ich kann mir den 10.000 Mal angucken und ich krieg 10.000 Mal hinter meiner Gänsehaut. Ich hab den Trailer übrigens in meinem The Legend of Zelda, äh, toller Princess HD Video eingebaut. Also wer ihr nicht kennt, guckt da mal rein. Es ist, äh, super genial gemacht. Richtig geil. So. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Ja, Skys of Arcadia hat mich, äh, schon ziemlich gerührt als JRPG. Aber Final Fantasy X hat das nochmal getoppt. Da war nämlich auch wiederum ein Moment, wo ich den Tränen nahe war, muss ich sagen. Ähm, das war der Moment, wo Yuna sich von Tidus verabschiedet. Auch hier dicker, sorry, Spoiler, aber sorry. Das ist meine Top 10 und wer das nicht sehen will, der soll wegschalten. Ähm, nicht dieser Moment, wo die in diesem See sind, sondern danach. Ziemlich am Ende, wo Tidus sich auflöst und Yuna das klar wird, dass sie ihn nie wiedersehen wird. Und die beiden sich verabschieden. Das ist schon, boah, sehr sehr emotional. Sehr, sehr emotional. Ähm, noch emotionaler als Drachmas Abschied vom Giga. Denn, wie ich schon gesagt habe, es war damals GameCube, Grafik und Text, keine Sprachausgabe. Und bei Final Fantasy X war das schon ein ganz anderes Kaliber. Die Grafik war Bombe. Man hatte Sprachausgabe. Man hat davor 80 Stunden mit den Charakteren gekämpft. Man hat Yunas Geschichte mitbekommen. Man hat Tidus Charakter sehr gemocht. Und man hat gesehen, wie die beiden sich lieben und lernten. Und dann plötzlich ist dieser Moment da, wo man, wo, wo, wo Yuna gemerkt hat, verflucht ist, sehe ich ja nie wieder. Und als sie sich dann so verabschiedet haben, boah, das war schon ziemlich emotional. Wahnsinn. Ja, ziemlich krass. So, Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 wieder, wie bei Turok 2, ein ganzes Spiel, was mir super im Gedächtnis bleiben wird mein Leben lang. Nämlich Aladdin. Disney's Aladdin auf dem Super Nintendo. Nicht nur, dass Disney's Aladdin mein erstes Spiel überhaupt war, was ich jemals selbst besaß und gespielt habe. Nein, Aladdin war auch das erste und letzte Spiel, was ich damit mit meinem Vater durchgespielt habe. Und das bedeutet mir heute sehr, sehr viel. Mein Eltern haben mir damals den Super Nintendo zum Geburtstag geschenkt, dann wurde ich sieben. Und man bedenkt, ich bin jetzt 30, das war so vor 23 Jahren. Ich erinnere mich, wie heute, als es gestern gewesen war, daran. Ich habe mir den Super Nintendo mit Aladdin gekauft. Ich war damals, oder bin heute noch riesen Disney-Fan. Und deshalb war für mich klar, es musste Aladdin sein. Und wir haben damals in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt. Wir sind damals, ein gutes halbes Jahr davor sind wir jetzt nach Deutschland gekommen. Und haben zuerst in einer Notwohnung gehaust mit anderen Familien. Kurze Zeit später sind wir dann weggezogen aus dieser Notwohnung, weil ein Schulfreund meines Vaters uns in eine andere Stadt geholt hat. Und da haben wir auch eine recht kleine Wohnung bekommen. Und wir hatten natürlich nicht viel Geld als Aussiedler. Meine Schwester und ich mussten uns ein Kinderzimmer teilen, ein sehr kleines. Dementsprechend war das alles nicht ganz so schön. Und dann wurde ich halt sieben. Und mein Cousin hatte einen Super Nintendo. Den habe ich bei ihm mal wieder gesehen. Ich konnte nichts spielen bei ihm. Ich habe immer nur zugeguckt und es hat mich damals schon ziemlich geflasht. Und ich wollte halt auch einen Super Nintendo haben. Und dann wurde ich wie gesagt sieben. Meine Eltern haben mir meinen Wunsch erfüllt und haben mir auch eine Konsole gekauft. Und die wurde dann im Wohnzimmer angeschlossen. Wir hatten im Wohnzimmer einen Röhrenfernseher. Der war so. Und dann stand da mein Super Nintendo im Wohnzimmer. Und es gibt noch Fotos. Meine Eltern haben noch Fotos wo ich stehe. Ja davor stehe quasi und spiele spiele. Weil A natürlich der Super Nintendo der Controller Kabel gelumpen war. B das Sofa so weit weg stand vom Fernseher, dass das Kabel nicht gereicht hat. Und dann stand ich mit meinen sieben Jahren so zwei Meter vor diesem oder einen Meter vor diesem kleinen Fernseher. Und habe gespielt. Und Aladdin war das erste und das einzige Spiel was mein Vater mit mir durchgespielt hat. Und es war sogar noch ein Spiel was mein Vater zu mir durchgespielt hat. Der hat dann immer mit mir mitgespielt. Natürlich im Wohnzimmer. Klar wenn ich gespielt habe dann hatte er ja keine Chance Fernsehen zu gucken oder so. Und er hat mir halt immer erlaubt zu spielen. Immer wenn ich spielen wollte konnte ich spielen ohne dass er jetzt gesagt hat nein ich will ja mal Fernsehen gucken. Das rechne ich ihm schon hoch an. Und es gibt auch Fotos wo ich dann da stehe vor dieser Konsole. Mein Vater daneben sich in der Hocke befindet. Also er hockt da. Und spielt quasi das Spiel mit mir. Ich weiß nicht wieso wir nicht auf die Idee gekommen sind uns zur Stühle hinzustellen. Keine Ahnung. Und dann haben wir es irgendwann durchgespielt. Und mein Vater hat wie gesagt vor mir durchgespielt. Er war der erste der dann Jafar besiegelt und so. Und da erzählt er heute noch drüber. Er prallt heute noch. Ja weißt du noch damals Aladin ich war schneller als du. Richtig cool. Und ich gönne es ihm auch. Ich sage ja ich weiß ich war damals noch nicht so gut. Und so hatte so viel Skill und so. Und mein Vater hat danach zwei Männer und ein paar Spielchen mit uns gespielt. Meine Schwester hat dann auch ein bisschen mitgezockt. Aber immer weniger. Es wird immer weniger und weniger und weniger. Mein Vater hat dann irgendwann nur noch so Sportspiele mitgespielt. Oder so Rennspiele. Mario Kart 64 hat dann ein bisschen mit uns gesorgt. Aber irgendwann hatte sich das dann erledigt. Also er hat halt irgendwann gesagt nein das ist nicht für meine Welt. Und Aladin das will ich halt nie vergessen. Das war so ein emotionaler Moment für mich. Das war einfach. Wir hatten nicht viel. Wir hatten echt nicht viel. Wir kamen halt aus dem Land was gerade zerbrach. Sowjetunion war irgendwann Geschichte. Und ja wir hatten eine Wohnung. Ich hatte ein Band bei Spielzeugen. Und dann halt der Super Nintendo. Das war für mich einfach damals so. Einfach was unglaublich schönes. Einfach etwas was. Ich weiß gar nicht wie ich das formulieren soll. Auf jeden Fall war Aladin einfach mit das tollste was ich damals bekam. Und das war einfach verantwortlich für ganz ganz viele schöne Stunden mit meinem Vater auch zusammen. Bei diesem kleinen Fernseher. Das sind so Momente die einen auch prägen. Und ich werde das nie vergessen. Es war ziemlich schön. So. Ja was kann das noch toppen. Was ist mein Platz 1 der schlimmsten Videospieleränderung. Das seht ihr jetzt. Ja Platz Nummer 1 Mario 64 und zwar dieses Gefühl das erste Mal stufenlos zu laufen. Das war unbeschreiblich. Unbeschreiblich werde ich niemals vergessen. Dieses Gefühl werde ich niemals vergessen. Dieses Gefühl werde ich niemals vergessen. Dieses Gefühl der Freiheit. Der Möglichkeiten. Das ist etwas was die heutigen Generationen niemals erleben werden. Es ist einfach dieser Übergang zwischen 2 und 3D. Der einfach so unfassbar geil war. Das ist für mich der Moment. Der Moment meines ganzen Videospiellebens quasi. Wo Mario aus dieser Röhre springt. Und man dann mit diesem Analogstick des N64 controllers Mario stufenlos steuern kann. Man kann bestimmen ob er einfach nur geht oder ein bisschen läuft oder rennt. Und das stufenlos. Also ich persönlich kannte es bisher nur von links nach rechts. Oder von unten nach oben. Oder diagonal. Aber alles halt mit dem Steuerkreuz. Wo Super Nintendo halt. Und dann kam Mario 64. Und einfach diese ersten Meter. Diese ersten Meter vor dem Schloss. Das war ethisch. Unbezahlbar quasi. Unbezahlbar. Einfach dieses. Das Gefühl einfach auf einen Baum zu klettern mit dem Klempenberg. Oder einfach im Schlossgraben zu schwimmen. Und dann einfach raus zu schwimmen und dann wieder weiter zu laufen. Und das einfach mit diesem genialen Analogstick. Diese ersten Meter im 3D Raum. Das war. Das ist das beste Gefühl was ich. Die beste Erinnerung die ich jemals an ein Videospiel hatte. Und das wird glaube ich so bleiben. In diesem Moment. Der ist. Der ist so unbeschreiblich. Ich glaube. Ich glaube. Das. Das ist quasi Geschichte. Das ist Videospielgeschichte. Und. Wir. Also ihr. Die. Genau so alt seid wie ich. Oder halt. Einfach diesen Moment mitbekommen damals. Ich glaube. Wir werden das niemals vergessen. Es ist halt einfach nicht wie heute. Heute. Hat man ja nur noch solche Radiespiele mit perfekter Steuerung und allem. Aber einfach dieses Gefühl. Etwas vollkommen Neues. Vollkommen Neues. Zu erleben. Das. Das. Wird es nie mehr. Nie mehr geben. In der Art jetzt. Deshalb bin ich so froh. Dass ich ein Kind der 90er bin. Dass ich all diese Momente leben durfte. Und speichern durfte. Speichern. Einfach nur. Wahnsinnig schön. Ja. Das war sie. Das war meine Top 10 der schönsten Videospielerinnerung. Eine Top 10 die ich schon lange machen wollte. Und jetzt habe ich sie endlich gemacht. Und. Es war schön. Mir hat es Spaß gemacht. Es war schön. Diese Top 10 zu machen. Jetzt gerade. Zu drehen. Es war. Ein tolles Gefühl. Diese ganzen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Es gibt noch so viele andere Erinnerungen. Die es bei mir jetzt nicht in den Top 10 geschafft haben. Aber die auch so schön sind. Das erste Mal. Den Donkey Kong Soundtrack hören. Dieses. Geile Lied am ersten. Des ersten Levels. Hammer geil. Das erste Mal. Secret of Mana spielen. Mit drei Freunden. Gleichzeitig. Auf dem Super Nintendo. Mega geil. Das sind so diese Momente. Die. Einfach unbescheidlich sind. Die uns formen. Ich bin. fest davon überzeugt. Dass diese Momente irgendwo. Ein Stück weit dazu beitragen. Wer wir heute sind. Ich weiß nicht. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Was sind eure schönsten Videospielmomente? Erzählt es mir. In den Kommentaren. Und dann. Finden wir uns vielleicht wieder. In dem einen oder anderen Moment. Ich denke mal. Das. Das ist von Mario 64. So die ersten Schritte. In 3D. Ich nicht der einzige bin. Der das so erlebt hat. Dann würde ich mich fragen. Wenn Gleichgesinnte. Mal ihre. Erfahrungen. Erinnerungen. Mit mir teilen würden. Ansonsten war. Denke ich mal. Die Top Liste. Sehr individuell. Aber. Ich finde es schön. Ich finde diese Top Liste. Sollten. Ein bisschen individuell. Ausfragen. Denn nur so machen sie Spaß. Ja. So. Ich klicke mich jetzt aber mal aus. Und gehe ein bisschen mal. Auf das nächste Spiel. Ich wünsche euch was. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Und mehr von mir sehen wollt. Guckt in die Endkarte. Oder in die Videospielbeschreibung. Und. Diskutiert mal mit. In den Kommentaren. Und dann sehen wir mal. Was eure. Lieblings schönsten. Videospielerinnerungen sind. Ich bin gespannt drauf. Ich bin mein Teil. Bin jetzt aber erstmal weg. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Adios und. Bye bye. Bye bye. Bye bye.